Hallo und herzlich willkommen aus der Hensch Arena. Hier fällt heute Abend die Entscheidung, wer aufsteigt in die dritte Liga. Der SV Meppen oder der SV Waldhof Mannheim. Neben einer guten Leistung und sicherlich auch Glück, braucht der SV Meppen vor allen Dingen auch seine Fans. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Am Stadioneingang werden blaue Seiten verteilt, die ihr bitte mitnehmt auf den Platz und hochhalten werdet, wenn der SV Meppen und der SV Waldhof einlaufen. Wie das Ganze aussehen soll, seht ihr jetzt. Wie das Ganze aussehen soll, seht ihr jetzt.